so servus youtube und willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play 4.2 project origin der superbahn simulator 2013 ja habe ich euch verwirrt gut dann würde ich sagen wir legen wir machen direkt da wo wir gerade eben aufgehört haben los geht's wir verteidigen uns vor uhr nicht schon wieder die komm 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 stopp 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 was mein gott was die alles überleben das ist doch unfassbar jetzt was ich drehe mich viel zu schnell ich weiß nicht wo ich lang muss den schalter er ist doch kaputt jetzt ist er mit schlank es an was passiert es geht kaputt äh höllst du zu hatte schon zu ooo wo hab ich gerade eine Ja, das übernimmt meine Versicherung. Kein Problem. Ich bin voll Kasko. Da ist das nicht so schlimm. Obwohl... Die werden sich bestimmt wundern, warum ich so krass eingeparkt habe. Was ist denn los mit dem? Was sucht der? Was suchst du? Was suchst du? Oh mein Gott. Und der verschwindet immer wieder. Was ist denn da oben? Der ist voll der Teleporter, Alter. Ah, das ist eine Leiter. Oh mein Gott, bleib doch stehen. Ja, ja, ja. Hoch, 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 hoch. Go, go, go. Wo ist der jetzt? Da irgendwo, irgendwo hier war was? Ne, okay. Ist er da drüben? Ne. Oh mein Gott, wir gucken jetzt erstmal kurz hier rüber. Vielleicht ist da ja irgendwas so ein Booster oder eine schusssichere Weste oder sowas. Oder ein Schalter. Ne, da ist nichts. Schade. Ah, das wäre jetzt cool gewesen, weil wir haben nur noch die Hälfte von unserer Weste. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich nicht weiß, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein? Ne, Quatsch. Und cool. What the fuck? Was war das jetzt bitte? Ich glaube, ich gehe jetzt lieber direkt gleich hier hoch. So, weil da kriege ich dich schneller. Ach, er ist schon weg. Verdammt. Ah, shit. Hey, Pins. Wenn weh, das passiert jetzt nochmal. Das wäre dann ein bisschen scheiße. Aha. Aber. Ich muss gerade mal was gucken. Ich habe nicht gesehen, dass man hier oben durchfällt. Äh, hier oben. Also Leute, falls ihr 4.2 Project Origin irgendwann mal selber spielt und an dieser Stelle seid, nicht langsam reingehen. Ja? Springen. Ich denke, ich habe es ausführlich demonstriert. Ich glaube, das war von dem, äh, 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 beabsichtigt, dass wir da reinplumpsen. So, wie der da gerade rumspackt. So, wie der da gerade rumspackt. Wo denn? Lust dazu? Und. Achtung und. Ja. Ja, das war knapp, hä? Äh, meldet euch einfach bei mir. Oh, ich hab dich gesehen Ich hab dich ganz genau gesehen Ich hab dich gesehen Quickscrow Oh mein Gott Ja, ja, ist gut Wow Hab ich dich erwischt? Also die Sniper ist ja keine so gute Wahl Wie wär's denn, wenn wir jetzt endlich mal das hier nehmen? Oh, kann man hier auch reingehen? Ich muss hier echt vorsichtig sein, wo ich hintratt Hab ich das Gefühl Ich frag mich nur immer, wo der Laser hinleuchtet Hedgehort Okay, da drüben ist er Was, was, was? Ich muss äußerst vorsichtig sein Warte doch, meine Fresse Ich hab dich gesehen Komm her Alter, renn doch nicht weg Was, die können leider ansteigen Klettern Voll DB trug Eins Was ist denn das? Achso, das ist die Energiewaffe Wo wäre Ach, da ist er doch Ja, das lassen wir jetzt einfach mal wohl kommen Ich weiß ja nicht, ob das irgendwann mal noch Will das noch brauchen werden Oh, oh, oh Oh, was, 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 was Nein, 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 nein. Oh nein! Okay, wo müssen wir? Können wir das runterlassen wieder? Ja. Hoch. Geh da hoch. Oh mein Gott, Alter. Er wartet halt einfach nicht auf uns. Okay, ich hoffe Fährt es eigentlich Nein, nein, nein Ach, das geht, glaube ich Automatisch hoch, kann das sein? Wim Wuh, wuh, wuh Komm Alter, wir brauchen 50 Einheiten, um so einen Penner zu grillen Scheiße, das ist ganz schön viel Müssen wir jetzt lang? Ach ja Alter, was ein Labyrinth, du Das ist ja der Wahnsinn Okay, wartet mal Wir müssen Oh Gott, wo müssen wir lang? Ich glaube hier Dann da hoch Wir hätten gar nicht da runter gehen brauchen Verdammt, Scheiße, stimmt Oh, Fail, Alter Ah, hier Da ist es doch So, zack Wuh, wuh, wuh Was ist das Richtige? Ja, ne? Ich hoffe es mal Ich bin mir nicht sicher Doch, doch, doch Gehen wir nach oben, bitte Oh, ich kann mich nicht bewegen Ja, doch jetzt Jetzt dachte ich, ich könnte mich mehr bewegen Hey, das wäre echt mies gewesen So, da rüber Oh, oh Oh, oh Stopp Also die gehen aber ganz schön schnell down, kann das sein Müssen wir jetzt Hier Wir einfach Nein, nein, nein Oh mein Gott, Junge Jetzt warte doch mal auf mich Oh, das ist unfassbar Und dann immer diese Oh, unser Laser ist bald Alles sehe ich gerade Ich glaube, wir sollten jetzt ziemlich vorsichtig mit dem Oh Oh Oh, chill dich mal Alter Was ist denn los mit dem? Vorsichtig Ist okay Okay, so viele Einheiten brauchen wir pro Gegner gar nicht Müssen bloß gezielt schießen Warte mal Vielleicht da Doch da Alter Das macht mich total kirre Das Spiel Ach, guck an Ja, ich hab's gesehen, Leute Da unten liegt so ein komisches Ding Oh Okay, dann Wechseln wir mal zu Sniper Die liegt da ja nicht ohne Grund Hab ich das Gefühl Boah, das ist nämlich mal eine stackige Tür Okay, jetzt Ich drehe mich immer viel zu schnell Ah, okay Ich weiß schon, warum So, wo ist der Laser? Wo war denn der Nummer? Rechts oben Boah Ah, daneben Verdammt, verdammt, verdammt Da hinten ist noch einer Ach Gott, er duckt sich Halt, schau Jetzt, weil der oben links zeigt sich jetzt Das ist ein bisschen scheiße Okay, scheiß drauf Go Ah, das ist blöd Ich weiß jetzt gerade nämlich auch nicht, wo ich hin muss Oh, da war noch einer Da oben hab ich vorhin einen gesehen Wo ist denn der dann hin? Da ist er, da ist er, da ist er Headshot Super Das sieht ziemlich safe aus Okay Ah Ah Arr Ne, den Sprung, den brauch ich gar nicht was versuchen Aber Was eventuell klappen könnte Weil da hinten ist eine Leiter, die ist zu Ne, die ist nicht zu, die ist kaputt Das hat doch bestimmt irgendwas mit diesem komischen fliegenden Teil da zu tun Oh, das hört sich nicht gut an Okay Fail Ach Scheiße Ah, ich dachte ich schaffe den Sprung vielleicht Ah, das war jetzt echt scheiße War ja richtig dumm von mir Verdammt Okay, aber ich glaube ich weiß jetzt wie ich lang gehen muss Aber Leute Hier gibt es wieder einen kleinen Cut Ähm Was kann man zum Abschluss alles so mögliches sagen Beispiel, guck mal in die Videobeschreibung rein Ja, 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 ja Ne, also Leute Ähm Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei Wird mich natürlich tierisch freuen Mich würde es auch freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet Und wenn ihr eure Meinung in die Kommentare unten reinschreibt Weil ich sehe einfach, dass es viel zu selten gemacht wird Was ich sehr traurig finde, weil dafür sind sie ja da Ähm Lange Rede, kurze Sinn Ich würde sagen Tschin, tschin Ne, Spaß Also Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss 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 ências